Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus, ich grüße euch zu einer weiteren Folge im Eurotracksmonat 2. Eine sogenannte Schwerlasttransport-Tour. Ja, ihr seht schon, ich habe 30 Tonnen einen alten Bulldozer hier oben. Ja, das werden wir heute mal absolvieren. Ich bin immer noch auf der ProMods und ich habe gehört, ja, 178 Kilometer, heute wird es mal nie ganz so lang sein. Ja, zeitverzogener Abfahrtsplan. Aber, wir starten den Motor. Den Mod habe ich ja schon vorgestellt, also werdet ihr wahrscheinlich auch unten in der Videobeschreibung sehen. Wir sind einfach mal so frei und ziehen hier einfach rum. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dass unsere Achsen hier so ein bisschen mitgehen, dann können wir die Möglichkeit natürlich auch gleich nutzen. Ach, herrlich. Ich muss heute noch ein paar Bildchen hier machen, ne? Das sieht ja schön aus. Kann durchaus eine schöne Strecke sein hier in Frankreich. Nein, am Mittwoch, wenn alles gut läuft, kann es sein, dass ich gegen 18, 19 Uhr dann wieder einen Livestream mache. Aber eventuell vielleicht nicht auf der ProMods, sondern auf der TSM-Map. Hm, glaube in der Version 6.6 müsste das sein. 1,5 Gigabyte. Ich habe mir das jetzt schon runtergeladen. Guckt mir das dann auf jeden Fall an. Also, wenn ihr das seht, werde ich da schon mal schauen, wie das da so läuft und wie das so ist. Und, ja, gucken wir mal. Ich muss ja am Dienstag, also wenn ich das hier aufnehme, ist ja nicht Dienstag, das ist ja... Ha! Oh, nee, falsches Bild. Da kann ja jetzt kein Baum dazwischen sein. Werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Oh, warte mal, warte mal, wenn ich hier durch die Brücke fahre, ist doch noch viel schöner. Ah, warte mal. Das sieht doch viel, viel schöner aus, wenn ich hier durch das... Wie in der Duct, oder wie heißt das? Das Ding hier... Ach, herrlich, gut, jetzt reicht es aber. Ähm, jetzt reicht es aber wirklich. Ja, dann kann es durchaus sein, dass wir da am Mittwoch einen Livestream machen. Ja, schauen wir mal. Vom Eurotrack Simulator. Ja, jo, so sieht es aus. Also, ich war ja, muss ich ja ehrlich gestehen, sowas von baff am Sonntag, muss ich jetzt ehrlich nochmal sagen. Und zwar, ich habe nicht damit gerechnet. Ich wollte nur eine halbe Stunde eine Tour machen. Und dann sagen, gut, jetzt habe ich, äh, weil ich gar keine Zeit hatte, da großartig ein Video vorzubereiten und, und, und. Ja, schönes Wetter war und, ja, am Samstag war ich im Cottbus beim Stadtfest. Naja, so dolle war es auch nicht, aber die Bratwurst hat geschmeckt. Ähm, ja, und deswegen... Nee, ich habe ja keine Bratwurst gegessen. Ich habe ja ein Steak gegessen. Stimmt. Ja, genau. Und, ja, dann dachte ich mir, dann machst du wenigstens eine halbe Stunde einen Livestream, wo ich da über die Berge fahre. Und ihr wart ja so dermaßen verrückt danach. Ey, über 300, ich würde fast sagen, dass manchmal 350, kann das sein? Wenn Zuschauer live dabei waren, wie ich da versucht habe, durch die Berge durchzukratzeln, Hammer. Dann sind wir hoch nach Spitzbergen und dann wieder zurück nach Momanz und echt geil. Muss ich wirklich sagen, war echt geil. Und, tja, vielleicht werden wir sowas am Sonntag späten Nachmittag dann machen. Nicht abends, sondern späten Nachmittag. Das, äh, würde wahrscheinlich den einen oder anderen noch viel, viel besser gefallen. Ah, das, ich muss ja sagen, hier in Frankreich, das sieht irgendwie auch richtig geil aus hier, ne? Wo ich gleich nochmal ein Foto machen. Ja, wie gesagt, also kann es durchaus sein, dass wir sowas dann eher so auf den Nachmittag machen. Deswegen wird diese Folge jetzt auch nicht so lang. Ich habe jetzt, wenn ihr es nicht gesehen habt, dieses neue Spiel kam ja am 9. Juni raus. Dieses Hunting Simulator. Ja, ja, guckt euch das einfach selber an. Also, ich will da nicht vorab schon so viel sagen. Aber keine Angst, ne? Er wird, weil das Spiel wird auf jeden Fall nicht den Rang des Eurotrack-Simulators abgreifen, ja, oder wegnehmen. Ah, ist schön grün. Oh, aufpassen. Nicht, dass ich irgendwo gegenkomme hier mit meinem Schwerlaster. Wenn wir hier schön durch Frankreich fahren. Schwerlast-Spritztour. Oh, weil es heute nicht so lang ist, ist es halt eine spritzige Tour. Und, ja, dann werden wir mal gucken, ne? Was war Wochenende? Vielleicht werden wir Wochenende, auch abends, wenn wir eine Runde GTA mal spielen im Multiplayer. Ich habe noch gar nicht dieses ganze Gunplay oder was weiß ich hier, dieses Gundingsbums da. Also die neuen Waffen, noch gar nichts. Aber Toni hat da schon ein bisschen was vorbereitet. Und dann schauen wir mal, ob wir da wieder ein bisschen GTA machen. Warten wir mal ab. So ist der Plan. Und dann ist ja die Woche auch schon wieder fast vorbei, ne? Das geht so rasend schnell. Viele von euch freuen sich wahrscheinlich. Oder der eine oder andere hat wahrscheinlich schon Ferien oder Urlaub oder sonstige Sachen. Das ist manchmal so. Ich muss mal gucken, wenn ich Urlaub habe. Wenn ich eine Woche mache, muss ich ganz schön vorbereiten. Also dann kann ich mich ein paar Tage hier einschließen. Dann gibt es dann erstmal vorher nicht so großartig Livestreams. Weil ich dann eher Videos dann vorbereiten werde. Und dann wird es wahrscheinlich auch nur eins oder höchstens zwei Videos geben. Nicht drei, so wie ich das jetzt immer handhabe. Das ist einfach zeitlich denn nicht machbar. Also normalerweise bin ich ja schon ganz schön verrückt, ne? Also drei Videos am Tag, das können eigentlich nur drei oder vier Leute machen. Entweder die machen das YouTube-mäßig. Also als Beruf. Die erste Kategorie. Die zweite sind Arbeitslose, die sonst ähnliches zu tun haben. Ja. Oder Rentner. Keine Ahnung. Also die halt nicht irgendwie sowas machen können. Vielleicht. Ähm. Schüler. Ja. Das wäre auch noch so eine Schülerstudenten sowas. Die dann, ähm. Was sehe ich. Um zwei, um drei von der Schule nach Hause kommen. Und dann, äh. Eh nichts lernen. Oder, ähm. Ja. Keine Prüfungen haben. Oder Semesterferien. Oder sonstige Sachen. Oder. Die sind so bekloppt. Wie Maximus. Der trotz acht Stunden Tag auf Arbeit. Nicht vergessen, dass ich dann noch ein bisschen mehr jetzt eine halbe Stunde fahre. Ne. Mit Auto. Also dass ich dann so um die elf, zwölf Stunden. Eh dann weg bin. Dass ich dann hinsetze und noch versuche drei Videos zu machen. Ja. Da leidet noch ein bisschen die Familie. Muss man sagen. Aber wer das eine will, muss das andere mögen. Und ich hab dann im Nachhinein mal, ähm. Ihr schaut. Das ist ja dann mit den Abonnenten, das ist ja Wahnsinn gewesen. Wie viel denn bei dem Livestream rübergekommen sind. Wir hatten im Endeffekt, glaube um die 250 Abonnenten, habe ich den Tag gemacht. Echt, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Und wie ich jetzt auch hier wahnsinnig hochfahre. Und das ist mir schon wieder viel zu schnell jetzt mit den Abonnenten. Weil ihr wisst ja, bei 4000, äh bei 40.000, will ich ja vier Stunden Livestream im Multiplayer machen. Umso schneller ich erreiche, umso schneller ist es ja. Und eigentlich wollte ich das so im November erst. Und ja, wenn es so weiter geht, kann es durchaus sein, dass es schon August, September soweit ist. Da, wo das Wetter noch gut ist. Und das passt mir eigentlich noch gar nicht. Aber versprochen ist versprochen. Also das heißt jetzt nicht, ich habe jetzt die 40.000 geknackt und innerhalb von einem Tag ist dann der Livestream am Start. Da muss ich natürlich dann auch den Verantwortlichen vom Multiplayer Bescheid sagen. Gucken, dass ich selber auch Zeit habe. Dann wird es dann wahrscheinlich so sein, dass ich wahrscheinlich dann sowas, dass ich auf einen Samstag verlege. Und Samstag, wenn alles gut läuft und das Internet nicht rumspinnt. Ich hatte ja jetzt mal eine Zeit lang so meine Probleme. Ob das wirklich an der Telekom gelegen hat oder an irgendwelchen anderen Sachen. Das ist ja, lassen wir einfach mal so im Raum stehen. Und ja, wie gesagt, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir dann vier Stunden Livestream machen mit dem Multiplayer. Ich aber im Vorfeld nicht sage, wo ich langfahre. Ja, das kann sein, dass ich oben in Nordenstaat und dann Richtung Frankreich fahre. Das kann durchaus möglich sein. Ja, und weil das Problem ist, wenn ich dann anfange mit dem Multiplayer und jeder hängt an, ich sage, ich fange in Berlin an. Und jeder fängt oder kommt dazu, dann ist irgendwann nichts mehr möglich mit dem Fahren. Deswegen muss ich diesen Kompromiss machen. Da wird es dann wahrscheinlich vorher so ein Infovideo geben. Hey Leute, es geht ab. Der Multiplayer und und und. Und dann machen wir das. Und vielleicht werde ich auch in der nächsten Tagen auch mal wieder im Multiplayer unterwegs sein. Aber es ist eben für mich eben doch ganz schön stressig. Muss ich ehrlich sagen, wenn dann halt... Äh, was ist denn los jetzt hier? Äh, was ist denn los? Wollt er nicht so richtig, ne? Naja, ne, ist das so. So, und dann, äh, schauen wir mal. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, ja. Aber ich fahre halt gerne wirklich, wenn ich sowas sehe wie eine ProMods, dann ist das einfach nur genial. Aber ich habe auf jeden Fall für dieses Jahr noch so manche Sachen vor. Zum Beispiel, wenn The Crew rauskommt, dass ich dann einen Livestream mache, wo ich von der Ost- zur Westküste fahre. Und wer dann auch The Crew hat, der ist dann natürlich herzlich dann eingeladen, mir auf der Tour Begleitschutz geben. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich das, äh, sogar mal als Livestream mache mit The Crew 1. Ja, würde ja durchaus mal, äh, ganz cool sein. So, wir machen jetzt, äh, die einfache, ja. Wurde ja durchaus mal interessant sein, ob wir sowas dann machen, ne? Könnt ihr mal reinschreiben. Livestream The Crew. Von Coast to Coast. C, T, C, Coast to Coast, to, 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 äh, also, Coast to Coast, also, dann müsst ihr einfach mal, war ich jetzt richtig? Ja. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob da Coast to Coast bei, äh, The Crew oder eventuell, wenn mal wieder eine neue Version von der Coast to Coast Map von den American Truck Simulator kommt. Dann, muss ich ja noch weiter runterfahren, oder was? Dann kann ich das auch mal beim ATS machen, wird aber dann auf jeden Fall eine riesenlange Sache, da werde ich wahrscheinlich dann irgendwann mal im Nachmittag, äh, ja, ne, im Vormittag dann anfangen, so in Szene und dann einfach losdödeln. Wo ist denn jetzt eigentlich der Abladepunkt hier? Hä? Habe ich den irgendwie verpasst? Meine Fresse, ich verheier hier rum. Ist egal, ich mache die durch hier. Habe ich das wirklich schon verpasst? Eigentlich war es doch immer eben so weit da oben, ne? Na ja. Ich bin doch ein richtiger Held wieder, ne? Ich bin doch ein richtiger Held. Ich habe wieder die, die Möglichkeit verpasst, hier zu parken. Wir fahren mal hier rein. Eigentlich war es doch immer hier, ne? Wo ist denn hier der Abladepunkt? Oder war der da drüben? Oh, hier geht es gar nicht weiter. Ey, wo ist denn jetzt der... Blöde Abladepunkt. Jetzt reicht es aber. Ich habe keine Zeit. Zeitverzogten Abfahrtsplan. Hä? Oder habe ich nicht richtig auf Bestätigen gedrückt? Egal, machen wir es. Ich bin runtergefahren. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich habe bestimmt auf Bestätigen vergessen zu drücken. Aber eigentlich dachte ich, ich habe es gemacht. Gut. Damit ist die Folge ja erstmal zu Ende. Oh. Okay. Ja. Wir lassen den LKW einfach mal fliegen. Das war wahrscheinlich irgendwo ein Fehler hier. Bei den Triggers hier. Vielleicht ist die Ladung zu schwer. Wir machen einfach mal einen Fisch. So. Wie sieht das eigentlich aus hier? Ah, frische Luft hier. Wenn wir weitermachen, sind wir irgendwann in China. Deswegen lassen wir es einfach mal mit den Worten. Macht der Maximus das Licht an. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.